Das Wohnzimmer ist ein Ort der Zusammenkunft von Familie und Freunden. Um sich hier eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, muss man die richtigen Farben auswählen. Wir haben dafür die perfekten Tipps und Ideen zusammengestellt. Die Raumgegebenheiten und die Lichtverhältnisse spielen eine wichtige Rolle. Große und lichtdurchflutete Räume vertragen gut eine dunkle Wandfarbe. Kräftige Töne sollten in einem dunklen Raum warm statt kühl wirken. Ist ein Zimmer klein und dunkel, sollte auf helle Farben zurückgegriffen werden. Farbakzente lassen sich gut durch Möbel und Textilien setzen. Für eine lebendige Atmosphäre sorgt ein kraftvolles Orange. Orange-Nuancen geben dem grauen Wohnzimmer einen frischen Kick. Mintgrün kann ausgesprochen zart und entspannend wirken. Rosa hat viele Facetten und lässt sich schön mit Weiß ausbalancieren. Grau und Bären-Töne passen einfach hervorragend zusammen. Bei den Farbkombinationen achtet ihr auf den hell-dunkel-Kontrast. Anthrazit schafft die perfekte Kulisse für farbenfrohe Wohnaccessoire. Auch die Decke kann mit einem neuen Anstrich versehen werden. Den Effekt dunkler Wandfarben können große Spiegelflächen entgegenwirken. Für ein einheitliches Gesamtbild sollte man sich an ein Farbthema halten. Strandtöne wie Beige und Blau zum Beispiel vermitteln einen Wohlfühlfaktor. Die Farbumgebung sollte unsere eigene Persönlichkeit widerspiegeln. Denn am Ende zählt vor allem der eigene Geschmack.